Rubin H.S. Ein Stutfohlen von Cornet Obolensky aus der Carosville von Plot Blue Vigo d'Arceux. Exakt diese Genetik sorgte anlässlich der Fohlenauktion auf dem Deutschen Springderby in Hamburg für den Spitzenpreis und eine echte Sensation. Cornet Obolensky trifft hier auf die Vollschwester zum Ausnahmehengst Million Dollar. Nur wenige Hengste haben die letzten 20 Jahre züchterisch so beeinflusst wie Cornet Obolensky. Selbst ein 60 erfolgreich unter Marco Kutscher steht er mit internationalen Ausnahmepferden wie Cluny, Balou de Réventon und Cornet d'Amour mit Fug und Recht an der Spitze der Weltvererber der Sparte Springen. Und genau dieses Blut trifft auf einen ganz besonders springwertvollen Stamm. Aus der Großmutter Napoli Terwinen, 1,50 Euro erfolgreich für Belgien unter Simon Pouvier, aber auch unser Verbandshengst und Aushängeschild Million Dollar. International selbst schon 1,60 Euro erfolgreich und Nationenpreissieger für die deutsche Equipe. Aus der dritten Mutter folgt Daytona de Mues, 1,60 Euro erfolgreich unter Jodie Bostels für Belgien, aber auch Calisto de Music, 1,50 Euro erfolgreich unter Fabio Lévas da Costa für Brasilien.